Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Heute wollen wir uns die Datums- und Zeitangaben ein bisschen ansehen. Wir können Daten eingeben, Datum von irgendwelchen Tagen, wir können Zeiten eingeben. Ich möchte ein bisschen erklären, was dahintersteckt und ein bisschen herzeigen, dass man damit auch rechnen kann. Also, ich gebe mir da irgendwo ein Datum ein. Sagen wir, der 6.12.2012, da war der Nikolaus da, schau, hat automatisch irgendwas gemacht. Die Zelle war vorher Standard, da ist auch Standard, da gebe ich halt einmal vom 7.12.2012 ein. Das schaut jetzt anders aus. Und wenn man ein Datumsformat irgendwie eingibt, dann wird das da oben automatisch umgestellt auf Datum. Man kann auch zum Beispiel 0.4.23, April 23, das ist ein bisschen, also es funktioniert, es macht irgendwas, es macht irgendwas. Aber was macht das? Jetzt, ich meine, es steht da Datum. Jetzt möchte ich aber nachschauen, was da passiert ist, wenn ich wirklich das wieder auf Standard umstelle. Ach, schau, das ist ja eine Zahl, die dahinter liegt einfach. 41.249, 41.250. Was war das für ein Datum? Der 6., ne? Der 6. Der 6. war Datum kurz. 6.12. Und was ist das, wo ich nur April eingeben habe? Datum. Der 1.4. Schau. Datum. Also, und was ist der Null? Schauen wir uns an, Null, wo das wegläuft. Ich schalte die um auf Datum. Aha, der 0.1. Der 0.1. 1900. Da geht's los. Da geht's los. Das heißt, wenn ich das, wenn ich das umrechne wieder auf Standard, ja, 41.250 Tage nach dem 0.1. 1900 war der 7. Dezember 2012. Was ist heute? Heute? Heute ist der 0.8.9.2023. Wir sind 45.177 Tage nach 1900. Da wissen wir das auch. Wissen wir das auch. Also, das ist also, das ist also, das ist also, liegt da dahinter. Das liegt da dahinter. Was ist Datum lang? Okay, da ist sogar der Wochentag dabei und so weiter. Schaut schön aus. Also, heute ist Freitag, ja das stimmt. 7. Dezember 2012 war auch zufällig ein Freitag. Und der 1. April 2023 ist ein Samstag. Und jetzt ist auch klar, wenn ich sage, ist gleich das minus dem, dazwischen liegen 3.927 Tage. Also, man kann damit rechnen. Das ist das, was passiert. Da kommen Tage raus. Ja, wenn wir mit Daten rechnen, kommen Tage raus. Gut. Ja, aber wenn ich das, was ist, wenn ich Kommazahlen eingebe? Pass auf, ich mache jetzt einfach, ich mache jetzt einfach folgendes. Ich gebe irgendwo ein 45.100. So, das war der 23. Juni. Und dann sage ich, ist gleich dieses plus 0,25. Ein Vierteltag mehr. Schaut, da passiert aber nichts. Aha. Immer 4. Also, erst, wenn die Zahl voll ist, schauen wir uns das an. Standard. Erst, wenn die Zahl voll ist, dann ist der nächste Tag. Aber dazwischen, es ändert sich ja was. Und er akzeptiert das ja auch. Jetzt sage ich da rüben, ist gleich das da. Also, ich mache hier genau das Gleiche. Und jetzt stelle ich hier ein Tag. Ein Datum. Und hier stelle ich ein Zeit. Jetzt sehen wir, was das bedeutet. Jetzt sehen wir, was das bedeutet bei der Zeit. So schaut das aus. Also, immer ein Vierteltag, sind 6 Stunden. Mehr. 0, 6 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr. Ich bräuchte genau genommen nicht einmal, nicht einmal, nicht einmal, hier brauche ich nicht einmal, das Vordere, brauche ich eigentlich nicht, das 45.100. Das Komma reicht aus. Also, wenn ich hier praktisch aber 0 und dann sage, ist gleich das plus 0,25, dann schaut es ganz genauso aus. Und das nach unten ziehe. Und das als Zeit. Weil die Zeit ist ja immer wieder die gleiche. Ist egal. Aber ich würde es trotzdem lassen, weil dann kann man dazwischen die Tage zählen. Also, ich würde es trotzdem sagen. Ich sage wieder, ist gleich das. Zack. Nach unten ziehen. Jetzt haben wir überall praktisch das gleiche drinnen stehen und es funktioniert. Man kann, es gibt ein paar Funktionen, die möchte ich auch noch herzeigen, die mit Zeit und Datum und so weiter werken. Also, schauen wir mal. Da habe ich gehabt Datum und da habe ich Zeit. Stellen wir das wieder so ein. Was haben wir für Funktionen? Am besten, wir drücken da hier irgendwo drauf. FVX. Und da Zeit und Datum. Arbeitstag. Datum, Datum, Wert, Enddatum. Heute. Heute ist nicht schlecht. Schau her. Heute. Okay. Der 8.9. Das ist heute. Das ziehe ich da runter. Und jetzt. Gibt es jetzt auch. Uhrzeit. Jetzt. Schau. Super. Lässig, oder? Und jetzt schauen wir uns das an, was das zurückliefert. Was ist denn die Uhrzeit? Was ist, wenn ich das Standard mache? Ah, schau. Die Uhrzeit liefert auch den Tag mit. Das heißt, eigentlich reicht jetzt. Und jetzt bin ich halt bei 45.077,317. Das ist der Prozentteil, der Prozentteil oder der Teil eines Tages, in dem ich mich befinde. Ja, ich habe schon gedacht, dass es noch ziemlich früh ist. So. Ja, also. Ja. Es gibt auch schon mal einen Tag. 6, es ist Freitag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag wäre ja 5, so wie wir es gewohnt sind. Standardmäßig fängt in Excel die Woche im Sonntag an, Sonntag ist 1, dann passt es. Also wenn ich das hier zum Beispiel raufziehe, sehen wir, 1, das muss ein Sonntag, der 25.6. muss ein Sonntag gewesen sein, blasen wir das auf auf Datum lang, da sehen wir es ja auch ganz genau, tatsächlich ist es ein Sonntag. Aber ich meine, mich stört das, wenn Sonntag anfängt, also ich fange nicht am Sonntag an, ich fange am Montag an, Sonntag ist das gloriose Ende von mir aus. Und deswegen kann man da hinten noch etwas dazugeben, 1, da gibt es keine Hilfestellung, das ist das Schöne, das habe ich auch noch nicht gesehen, also 1 zahlen, 1 Sonntag bis 7 Samstag, 2, 1 Montag, 7 Sonntag, das wollen wir, also wir können von 0 bis 6 machen, aber das gefällt mir auch nicht so gut, von Dienstag bis Montag, warum ist das, naja, in anderen Kulturen ist es eben anders. Ganz einfach, bei uns ist 2 das Mittel der Wahl, also Freitag ist jetzt der fünfte Tag, nach unten ziehen mit dem Knopse und schon schaut das so aus, wie es ausschauen soll, meiner Ansicht nach. Gut, gut, also das sind, so wird die Datumsdarstellung gemacht in Excel, das ist einfach eine Zeug in Richtung, man kann hier auch, ja, als Jahr ausdrücken, was ist das Jahr, Jahr von heute? Satz 23, dann 2023, da kann man auch extrahieren, was ist, wenn ich das umstelle, auf Standard, das bleibt 2023, also das ist dann wirklich 2023, muss man ein bisschen aufpassen, gell, ja, also ja, was gibt es noch? jetzt, Kalenderwoche, Minute, Monat, das Monat, ja, das Monat an, das Monat von jetzt, neun, das ist September, das passt, das passt in unserem Kulturkreis, ja, so kann man das zusammenstoppeln, im Endeffekt, gell, also da oben die Funktion, da kann man halt verschiedene Sachen sich auswählen, es ist auch eh immer wieder da unten kurz beschrieben, was das soll, den muss man ein bisschen aufgassen, wochentag, wann die Fortlaufe zahle ich in einem Wochentag um und Tag ist praktisch das Monat, gell, also erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, ochte, neunte, zehnte vom Monat, gell, so schaut das aus. Zeit, äh, Nettoarbeitstage, mit solchen muss man immer vorsichtig sein, gell, mit solchen Funktionen, äh, weil dann schon, äh, ziemliche Interpretationsspielräume sind, was ist denn überhaupt ein Arbeitstag, da geht es dann schon ins Rechtliche hinein, aber wir sehen, es ist jetzt relativ, wo ist ein Monatsende, ja, gibt die vorlaufende Zahl des letzten Tages zurück, des Monats, vor oder nach einer bestimmten Anze von Monaten zurück, aha, okay, gell, Monatsende, Ausgangsdatum ist heute, ja, und Monate, was haben wir in sechs Monaten? 45.382, wir wissen jetzt mittlerweile, ja, es ist ja nur eine Zahl, ja, ich schalte das auf Datum, 31.3. haben wir in sechs Monaten, komisch, so das, 31.3., achso, die letzte des Monatsende, aha, wenn man da 0 eingebe, müsste ich eigentlich den 30.9. bekommen, okay, dann kann ich mir das Monatsende ausrechnen, ja, wie wir sehen, habe ich diese Funktion auch nicht zu häufig verwendet, aber was ich schon, was wir schon oft brauchen werden, oder was man oft brauchen kann, ist eben dieses Wissen, dass im Hintergrund eigentlich nur eine Zahl steckt und die Zahl dann entsprechend interpretiert wird. Gut, ja, eigentlich wollte ich noch ein Video machen über andere Funktionen, ja, wir haben gesehen, wenn wir auf dieses f von x, fx da oben hindrücken, gibt es viele verschiedene Funktionen, aber ganz ehrlich, das, was ich jetzt hergezeigt habe, ist das, was ich am öftersten gebraucht habe. Und wenn es irgendwie was spezielleres wird, da unter dem f von x, man sieht ja, man bekommt ein Dialogfenster und es geht auf und ich kann mir ein bisschen was zusammenreimen. Und wenn nicht, gibt es dort einen Link, Hilfe zu dieser Funktion, dann geht der Webbrowser auf und man erhält eine Hilfe zu dieser Funktion. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, mit diesem Kurs, mit dieser Serie an Videos über Excel ist ein schöner Grundstein gelegt, auf dem man ganz locker aufbauen kann und sein Wissen erweitern kann, wenn man das möchte. Für die meisten Anwendungen wird es ohnehin so reichen. Und ja, das war es dann also von meiner Seite bezüglich Excel. Es gibt noch eine andere Serie von mir über PowerPoint. Kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.